Heute will ich mir mal anschauen, was es mit den Speicherkartentypen und der Mavic Air auf sich hat. Die beiden verwendeten Karten sind beide 32 GB und Class 10. Jedoch die eine U1 und die andere U3. Alle Details und Links in der Videobeschreibung. Preislich liegen die aktuellen nur noch 6 Euro auseinander. Ich mache den Test drin, da es keinen Einfluss haben sollte, was man filmt und es draußen gerade kalt ist. Zuerst die U1 Karte. Welche mir die Mavic in den Einstellungen sofort als langsame SD-Karte anzeigt. Okay, aber was heißt das genau? Zuerst formatiere ich die langsame SD-Karte, um dort kein für die Mavic falsches Dateiformat zu haben. Im normalen Bildschirm wird ein kleines, fast nicht zu erkennendes gelbes Warnreieck an der SD-Karte angezeigt. Zuerst ein Clip in 4K und 30 Frames per Second. Ca. 30 Sekunden. Auf der Testkarte und ein kleines bisschen Bewegung mit meiner Hand. Nach Abschluss der Aufnahme dreht sich die Linie um den Aufnahmeknopf sehr lange, bis alles weggespeichert ist. Da scheint mächtig der Buffer leergeräumt zu werden, bis man wieder auf alles Zugriff bekommt. Als nächstes 1080p bei voller Slowmotion 120 Frames per Second. Hier den Clip nicht ganz so lang, 10 Sekunden sollten dafür mal reichen. Als nächstes ein 7er Serienbild, in voller Auflösung und als RAW und JPEG gespeichert. Auf discerne erkannte er ist eine Art von Denis usw only. Der Online- Fajken über alle Heyrad Frankie und ich finde den Clip. Das sind dieел 배 test Abraham Atlas. Karte zu lassen. Wow. Das gleiche Spiel nur mit der schnellen U3-Karte. Erst formatieren, dann das Serienbild. Und hier kommt ganz klar zum Vorschein. Nur 13 Sekunden, weniger als die Hälfte. Und auch bei der 1080p 120fps Aufnahme. Das anschließende Wegschreiben des Buffers geht bedeutend schneller. So ist bei der 4K-Aufnahme sofort nach Abschluss der Aufnahme der Button wieder einsatzbereit. Den Dateien an sich sieht man den Unterschied nicht an. Gerade auch bei den kurzen Clips, die noch in den Buffer passen und erst von dort auf der Karte landen. Es wird auch nicht in schlechterer Bitrate oder so aufgezeichnet, weil eine langsamere Karte entdeckt wurde. Die Videos haben bei vergleichbarer Länge auch die gleiche Dateigröße. Aber das Speicherverhalten ist schon ein enormer Unterschied. Gerade bei der kurzen, effektiven Flugzeit der Mavic. Also die Zeit, da wo man wirklich das Video oder das Foto machen will. Da ist es enorm wichtig, dass es schnell geht und man keine Zeit verplempert. Kann man im Notfall auf eine U1 zurückgreifen? Das sollte gehen. Aber ich werde nur die U3 nutzen. Hast du irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Schreib es mir in den Kommentaren. Und lass ein Abo da, wenn du weitere Videos wie dieses sehen willst. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020